Kim Virginia Hartung wirft zwei Dschungelcampern Gewalt vor Für Kim Virginia Hartung, 28, ist das Thema Dschungelcamp noch lange nicht erledigt. Das Reality-TV-Sternchen sorgte in diesem Jahr im australischen Busch für ordentlich Ärger. Nicht nur gerät sie immer wieder mit ihren Mitstreitern aneinander, zudem ließ sie auch keine Gelegenheit aus, um gegen ihren Ex-Flirt Mike Heiter, 31, oder Lila Lahua, 27, zu schießen. Auch beim Nachspiel vor wenigen Tagen teilte Kim weiter aus. Und nun bringt sie die ganz großen Vorwürfe ins Spiel. In ihrer Instagram-Story behauptet die Influencerin, dass sie wegen zwei ihrer Kontrahenten vor dem Dschungelcamp traumatische Erlebnisse hatte. Ich wurde dieses Jahr von zwei Männern bedroht, Ebenfalls war eine sexuelle Belästigung mit im Spiel. Mit zwei dieser Männer war ich im australischen Dschungel eingesperrt, schreibt Kim. Jedoch wolle sie keine Namen nennen, einen der Vorfälle habe sie angeblich bereits klären können. Des Weiteren macht Kim deutlich, dass ihr die Situationen schwere Zeiten bereiteten. Ich hatte über Monate Angstzustände und Schlafstörungen wegen der Geschehnisse, habe über Monate den Mund gehalten und keine Anzeige erstattet, erklärt die 28-Jährige weiter. Sie habe sich im Dschungel vor allem deswegen so aufmüpfig verhalten, um sich selbst zu schützen. Eine kurze Titelung Die Dichtung Mögens 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 Untertitelung des ZDF, 2020